Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Kultur- und Bildungszentrum der jüdischen Landesgemeinde zur Eröffnung der 29. Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Gräser und ich begrüße recht herzlich alle Mitglieder der jüdischen Landesgemeinde, alle Gäste hier im Saal und alle jene, die möglicherweise in unserem Livestream die heutige Eröffnung mit verfolgen. Ich freue mich sehr, den Landesrabiner Alexander Nachama begrüßen zu dürfen, genau wie die Kulturabteilungsleiterin Frau H.S. Ecker. Herzlich willkommen den Abteilungsleiter für Koordination in Religionsangelegenheiten, Herrn Grünhage, Frau Dr. Kasper und alle anwesenden VertreterInnen aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Herrn Minister Hoff sowie dem Vorsitzenden der jüdischen Landesgemeinde, Herrn Prof. Schramm, wünsche ich und ich denke, da spreche ich im Namen aller Anwesenden gute Genesung. Ich begrüße auch den Vorsitzenden des Fördervereins für jüdisch-israelische Kultur in Thüringen e.V., Herrn Hubert Nicola, sowie alle anwesenden Vorstände und Mitglieder. Und ich bedanke mich sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit, auch mit dem Programmbeirat. Dem Förderverein im Besonderen gilt mein Dank für das Vertrauen, dass Sie in mich gesetzt haben, mir die künstlerische Leitung und das Management des ältesten Thüringer Festivals für jüdische Kultur ab diesem Jahr zu übertragen. Unsere Kulturtage finden ab diesem Jahr erstmals in Kooperation mit dem Förderverein und der jüdischen Landesgemeinde statt. Und wir können somit sagen, es ist ein jüdisches Festival in der Mitte der Gesellschaft. Und gemeinsam laden wir Sie ein zu über 60 Veranstaltungen in neun Thüringer Städten, Gemeinden und laden Sie ein, Veranstaltungen zu erleben mit verschiedenen jüdischen Kulturen. Meine Damen und Herren, die 3G-Regel ist ja gerade in aller Munde, die auch wir bei unseren Veranstaltungen mit einsetzen müssen, mancherorts auch 2G-Regel. Ich darf Ihnen verraten, dass ich persönlich vor dieser Corona-bedingten 3G-Regel schon eine ganz andere 3G-Regel aufgestellt habe. Geschichte, Gedenken und Gegenwart. Das sind für mich drei ganz wichtige Aspekte bei der Programmgestaltung. Und zwar deutlich geprägt durch jüdisch-israelische Inhalte, möchte ich eine lebendige Kultur zeigen, die auch überraschen kann und soll und vor allem authentisch und nahbar ist. Und ich möchte Ihnen dafür zwei Beispiele geben. Nächste Woche im Zughafen Erfurt begrüßen wir die Kölner Sängerin Salomea, die mit einem Mix aus Hip-Hop, R&B und elektronischer Musik ein Clubkonzert gibt. Und auch der Trompeter Paul Brody spielt im Zughafen am 30. Oktober. Und das Rose-Ausländer-Projekt hat er ursprünglich mit Musikern wie Meret Becker und Clueso eingespielt. Und nur wenn wir alle offen sind gegenüber Neuem, dann können wir auch in der Gesellschaft Akzeptanz erhöhen und somit auch einen wichtigen Beitrag gegen Antisemitismus leisten. All dies, meine Damen und Herren, ist nur möglich durch die Unterstützung und Förderung. Und auch dafür möchte ich mich im Namen des Fördervereins und der jüdischen Landesgemeinde recht herzlich bedanken. Bei der Thüringer Staatskanzlei, die auch das Themenjahr Neuen Jahrhunderte jüdisches Leben ausrichtet. Bei Herrn Ministerpräsidenten Bodo Ramlo, der wiederholt die Schirmherrschaft dieser Kulturtageübernahmen hat. Und wie er auch immer wieder zeigt, dass ihm dieses Thema wichtig ist und Aufgabe und eine persönliche Herzensangelegenheit. Für die finanzielle Unterstützung und das Engagement gilt mein Dank auch den Städten Erfurt, Meiningen, Mühlhausen, Sondershausen, der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen und allen örtlichen VeranstalterInnen und PartnerInnen. Und auch den vielen KollegInnen, Ehrenamtlichen und allen beteiligten Firmen und Dienstleistern, die in den nächsten vier Wochen dazu beitragen, dass sie alle frohe, friedvolle und inspirierende Thüringer jüdisch-israelische Kulturtage erleben können. Ihnen, lieben Gästen, möchte ich auch herzlich danken, dass Sie da sind heute und kommen Sie wieder. Zum Beispiel schon am nächsten Samstag hier im Kultur- und Bildungszentrum zu einer Präsentation der Ausstellung mit Musik aus Osteuropa und auch am Sonntag um 17 Uhr zu einem Konzert in der Synagoge. Und darüber hinaus gibt es viele, viele Veranstaltungen, die Sie alle ausgiebig studieren können auf unserer Webseite. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das Angebot wahrnehmen. Und bevor ich gleich Frau Harjes-Ecker bitten möchte, für die Thüringer Staatskanzlei zu uns zu sprechen, möchte ich uns allen schon jetzt einen schönen Konzertabend wünschen mit die drei Kantoren und wünsche uns allen einen inspirierenden und spannenden Abend und tolle 29. Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur. Viel Vergnügen und vielen Dank. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Rabbiner Nachama, liebe Mitglieder der jüdischen Landesgemeinde Thüringen, lieber Herr Gräser, Mitglieder des Fördervereins für jüdisch-israelische Kultur in Thüringen, lieber Herr Kollege Grünhagen, ich darf auch meinen ehemaligen Chef, Herrn Dr. von Trütschner begrüßen, liebe Gäste hier in Erfurt und auch im Livestream. An diesem Eröffnungsabend darf ich Ihnen als Leiterin der Kulturabteilung die herzlichsten Grüße des Schirmherrn, Herrn Ministerpräsidenten Ramelow und des Kulturministers Prof. Hoff überbringen. So wie wir alle, senden beide ihre besten Genesungswünsche an Herrn Prof. Schramm. Meine Damen und Herren, die Thüringer Tage für jüdisch-israelische Kultur kündigen sich an, bereits zum 29. Mal in Folge. Heute werden sie eröffnet. Ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, dass Sie mit Ihrer Anwesenheit Interesse an dem wichtigen Thema des Zusammenlebens von Juden und Nichtjuden in Thüringen sowie der gegenseitigen Wahrnehmung dieses Zusammenlebens bekunden. Die gemeinsame Geschichte kennt Zeiten fruchtbaren Miteinanders, aber auch Zeiten furchtbarer Verfehlungen. Eine schwere Hypothek einst für den Neuanfang nach 1945 und erst recht auch nach 1990. Trotzdem darf man diesen Neuanfang, so meine ich sagen zu können, als einen guten bezeichnen. Es gibt wachsende jüdische Gemeinden und sichtbares jüdisches Leben in unserem Lande, wie hier in unserer Landeshauptstadt. Jüdisches Leben in Deutschland blickt auf eine 1700 Jahre alte Geschichte zurück. In Thüringen finden wir Zeugnisse, die über 900 Jahre alt sind. Das war ja auch mit der Anlass, das Themenjahr 9. Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen zu feiern. Vor rund einem Jahr haben wir das hier gemeinsam eröffnet im Kaisersaal, leider auch schon unter Pandemiebedingungen. Und es gibt viele Zeugnisse, die dieses 900 Jahre jüdische Leben in Thüringen abbilden. Mit Bauwerken wie der alten Synagoge der Mikve und dem Stein an den Haus in Erfurt, die auf dem Weg zum Titel Welt, UNESCO-Welterbe sind. Und mit vielfältigen kulturellen Ereignissen wollen wir sichtbar machen, dass jüdisches Leben immer schon integraler Teil unserer Thüringer Identität ist. Es ist daher kein Zufall, dass die langhin etablierten und namhaften Thüringer Tage für jüdisch-israelische Kultur in diesem Jahr unter dem Motto Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen stattfinden. Sie sind eines der Hauptprojekte und leisten einen unverwechselbaren Beitrag zum Themenjahr und bilden, in dessen Ausklang wir uns jetzt leider befinden, einer der letzten Höhepunkte. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir wieder in Live-Veranstaltungen zusammenkommen. Es war leider nicht möglich, diese 900 Jahre jüdisches Themenjahr in der Breite, in der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, damit wir ganz viele Menschen mitnehmen können, was ja auch ein Ziel ist. Deshalb ist es uns wichtig, der Thüringer Staatskanzlei und auch meiner Abteilung, dass wir über dieses Jahr hinaus Nachhaltigkeit erzeugen mit diesen Themen. Und wir werden auch weiterhin zu unseren Zusagen stehen, weiterhin die jüdisch-israelischen Kultur in Thüringen fördern, aber auch die anderen Aktivitäten, die es hier zahlreich in Thüringen gibt und entstanden sind in den letzten Jahren. Wir freuen uns ganz besonders, dass der Förderverein für jüdisch-israelische Kultur, Herr Krese hatte es gerade schon gesagt, gemeinsam mit der jüdischen Landesgemeinde Thüringen erstmals dieses Festival veranstaltet. Hier wird in ehrenamtlichem Engagement ein Beitrag zur Verständigung, zum guten und vertrauensvollen Miteinander geleistet. Ein sehr konkreter Beitrag, der sich in Projekten mit Künstlerinnen und Künstlern aus Israel und in vielen Veranstaltungen und Begegnungen während des Festivals darstellt. Der tolerante Umgang von Menschen verschiedener Kulturen und religiöse Anschauung wird dadurch befördert. Als Land unterstützen wir das in jedem Jahr gerne und ich habe ja schon angedeutet, werden das auch fortsetzen. Ich danke deshalb allen, die an diesen Kulturtagen mitwirken, insbesondere dem Förderverein. Sein Verdienst um die kulturelle Wissensvermittlung und die Bildungsarbeit in den vergangenen Jahren ist ihm gar nicht hoch genug anzurechnen. Die Kulturtage wollen weiter ihr Profil im Sinne eines jüdisch geprägten Festivals in der Mitte der Gesellschaft schärfen und Jüdinnen und Jüden wie auch authentische jüdische Orte in Thüringen umfassend einbeziehen. Mit dem vielfältigen Programm wird diesem Anspruch gerecht. Ich freue mich deshalb auch noch mal, ich darf es noch mal betonen, dass die jüdische Landesgemeinde ab diesem Jahr das Festival mit Ausreich richtet. Wir dürfen uns also in den nächsten vier Wochen auf ein facettenreiches Festival mit Konzerten, Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen und Begegnungen und hoffentlich viel auch in Form von Live-Veranstaltungen in zehn Thüringer Städten. Ich hoffe, Herr Kreser ist richtig, Sie sprachen eben von neun, freuen. Ich wünsche den 29. Thüringer Tagen der jüdis-israelischen Kultur, dass Sie auf reges Interesse stoßen und wünsche uns für heute einen wunderbaren Eröffnungsabend. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für Ihre Worte, Frau Harjes-Ecker. In Psalm 118 heißt es, Diesen Tag hat der Ewige geschaffen. Wir wollen uns freuen und an ihm jubeln. Die Eröffnung der 29. Thüringer Tage der jüdischen Kultur markiert einen besonderen Tag für die jüdische Landesgemeinde Thüringen. Zum einen deshalb, weil die Kulturtage im letzten Jahr aufgrund des gerade beginnenden Lockdowns fast komplett ausfallen mussten. Auftakt und zugleich eigentlich eben auch Abschluss war die Eröffnung der Fotoausstellung von Lutz Balzer, Synagogen in Osteuropa. Wie Herr Gräser schon gesagt hat, einen Vortrag von Herrn Balzer und ein schönes Musikprogramm, in dessen Rahmen Sie sich die Fotoausstellung anschauen können, findet hier dann am Samstag um 19.30 Uhr statt. Und damit wären wir auch schon beim zweiten besonderen Punkt, nämlich beim Programm der diesjährigen Kulturtage, das die jüdische Landesgemeinde erstmals als Kooperationspartner in guter Zusammenarbeit mit dem Förderverein für jüdisch-israelische Kultur mitgestalten konnte. Unser großer Dank gilt dem Leiter der Kulturtage, Johannes Gräser, der es vollbracht hat, in kurzer Zeit ein beachtliches Programm zusammenzustellen. Ich hoffe sehr, dass wir in dieser Konstellation noch viele Jahre zusammenarbeiten werden. Es ist erfreulich, dass das Kultur- und Bildungszentrum der jüdischen Landesgemeinde, in dem wir uns auch gerade befinden, verstärkt als Veranstaltungsort berücksichtigt worden ist. Dass der Schabbat als Ruhetag im Judentum nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch berücksichtigt wird, indem von Freitag ab Sonnenuntergang bis Samstag nach Sonnenuntergang keine Konzerte stattfinden. Das ist nicht selbstverständlich, gerade eben weil der Freitagabend doch eine beliebte Zeit für Konzerte ist. Als Auftakt der Kulturtage steht heute Abend das Konzert der drei Kantoren auf dem Programm. Denke ich an meine eigene Familie, so spielen Kantorenkonzerte eine große Rolle, nämlich bei meinem verstorbenen Großvater, Oberkantor Estrongo Nachama, der in den Jahren der Mauer nicht nur in der BRD, sondern eben auch in der DDR und damit in Erfurt, regelmäßig Konzerte gab. Es ist wirklich erstaunlich, noch heute werde ich regelmäßig auf seine Konzerte angesprochen, obwohl er schon vor über 20 Jahren verstorben ist. Diese Konzerte waren eine wichtige Komponente, um Antisemitismus, den es leider auch schon damals gab, entgegenzutreten. Sie boten einen positiven Anlass, um Synagogen und Gemeindezentren zu öffnen und nichtjüdische Menschen einzuladen, ihnen einen Einblick in die jüdische Liturgie zu geben. Es freut mich umso mehr, dass diese Tradition heute von verschiedenen Kantoren und heute auch Kantorinnen fortgesetzt und weiterentwickelt wird. Dazu gehören die drei Kantoren oder auf Hebräisch Schloche Takantorim, die heute Abend über Gott und die Welt singen werden. Alle Lieder wurden von den drei Kantoren selbst arrangiert. Außerdem werden auch Eigenkompositionen präsentiert. Die drei Kantoren, das sind Tal Koch als Tenor, Emil Levison, Bariton, Kantor Asaf Levitin, Bass und Naaman Wagner Klavier. Genug der Vorrede, ich freue mich nun sagen zu dürfen, die 29. Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur sind hiermit eröffnet. Mazeltov. Vielen Dank. Musik 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 So, guten Abend. Danke, dass wir hier dieses schöne Festival eröffnen dürfen. Wir sind sehr froh, heute da zu sein, nach fünf Stunden Fahrt gegen den Wind. Und ja, aber wir sind da und wir sind sehr glücklich da zu sein. Wir haben unser Programm eröffnet und das wird durch das Programm auch gehen, in eine Art vielleicht überraschende Auswahl. Denn wenn man die drei Kantoren hört, erwartet man vielleicht erst mal anders aussehen oder andere Musik. Etwas trauriger, etwas, ich weiß nicht, frommer. Wir sind, wie wir sind. Wir bringen unsere Identität als Juden, als Juden mit israelischer Background. Also wir sind alle in Israel geboren. Und diese beiden Kulturen, wirklich die israelische und die jüdische, prägen uns ständig. Und es gibt in der israelischen Popkultur sogar Pop, in Art von Pop Songs, wie dieses Song Es gibt immer irgendeinen biblischen Kern, also in unserer Auswahl heute. Und dieser biblische Kern in diesem Fall ist wirklich eine ganz kurze Erwähnung über die Seemänner von König Salomon und das Mal über Etzion Gawir, an irgendeiner Stelle, wo man nicht genau weiß, wo das ist, irgendwo am Roten Meer, gesendet sind. Und das ist schon genug, um große Fantasien zu machen und riesen Auslegungen. Also die ganze Talmud und Agadar und Midrash sind eigentlich quasi, warum steht das überhaupt? Und dann kann man alles Mögliche fast erzählen oder versuchen zu ergründen und so. Also dort entstand, wie brav und wie tapfer diese Männer waren und plötzlich erscheint auch ein Mädchen von dort, in der sie alle verbliebt sind und so weiter und so fort. Also große Geschichten aus sehr, sehr kleinen Hinweisen, normalerweise aus der Bibel. Wir bleiben bei der Bibel und da möchte ich noch dazu was sagen. Also es wird jetzt, ich habe richtig gehört, 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen, gleichzeitig 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und wir sind oft unter diesem Motto dieses Jahr unterwegs. Logisch. Und ich pflege auch zu sagen, wir zelebrieren nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart. Und in diesem Sinne bin ich sehr, sehr froh, unser nächstes Stück zu präsentieren, Made in Germany. Lech Lecha, das ist aus Genesis, wo Gott Abraham sagt, du musst jetzt gehen in das Land, was ich dir zeige, von unserem ganz eigenen Talkoch komponiert und wird gleich auch eingespielt in eine CD, die bald erscheint. also neue Musik, jüdische Musik aus Deutschland. Und das ist aus Genesis, wo Gott Gott ist. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das Programm nennen wir Die drei Kantoren singen über Gott und die Welt Unsere nächste CD wird heißen, ob sie es glauben oder nicht Believe it or not Aus gegebenem Anlass Weil uns hat sowohl in unserer Arbeit als Kantorin oder als Vorsänger, als Synagogen Wie auch als, ich glaube, was alle Menschen irgendwann beschäftigt Ist überhaupt die Frage des Glaubens Und die nächsten zwei Lieder gehen um diese Frage, um diese Zweifel und Frage Also das nächste Lied von Lea Goldberg und Judith Rawitz komponiert Von mir arrangiert, heißt Der, der nicht glaubt, wird es schwer haben, in diesem Jahr zu leben Die Felder fragen nach Segen Das Meer fragt nach Glauben Und du fragst nach nichts Wie kann ich aufstehen, wenn mein Herz kein Glauben ist Und du fragst nach nichts Wie kann ich aufstehen, wenn mein Herz nicht 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 Aintcha mevkasch davar Lemi sheno mamein Kache lichyot hachana Das zweite Lied zu diesem Thema, Als ob Belustigungen, von Abraham Chalfi, gedichtet und komponiert von Alonno Learczyk. Ein Mensch hängt sein Gestern auf einen Haken, der mitten im Wind steckt. Fort, fort, als ob Belustigungen, als ob, ob. Siehe, alle knieten nieder zu Füßen des Fußlosen, dessen Donner und Wut die ganze Welt erfüllt. Und ich falle nieder und stehe auf, falle nieder und stehe auf, falle nieder und glaube mit vollem Herzen. Das ist ein Mensch, der Schmerz des Fußlosen, der Schmerz des Fußlosen, der Schmerz des Fußlosen, der Schmerz des Fußlosen, Volt der Schmerz des Fußlosen. Und hier, 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 hier. Und hier, 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 hier. Und hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. ZANG EN MUZIEK 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 ZANG MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG MUZIEK ZANG EN 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 MUZIEK ZANG 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 MUZIEK Und Moschke geht zum Markt und siehe da, da steht ein Goy, also ein Nicht-Jude, und hat genau so ein Pferd. Aber der Goy singt und die Melodie ist bezaubernd. Und Moschke muss diese Melodie lernen und dann sagt, kannst du mir das beibringen? Er hat gesagt, natürlich, es kostet 50 Rubel. Moschke denkt nicht viel darüber nach, reicht ihm 50 Rubel und nach einer Minute singen sie zusammen. Und dann sagt er, ach und das Pferd? Ah ja, das Pferd kostet 100. Ja, 50 habe ich schon gegeben, ich gebe noch 50. Nein, 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 wir machen hier ernste Geschäfte. Also 50 hast du gegeben für das Lied, Musik ist nicht umsonst. Ja, okay, dann muss er weitersuchen, geht weiter und siehe da, gegenüber steht noch ein Goy mit noch so einem Pferd. Aber er singt und diese Melodie klingt genau wie die zweite Hälfte von der ersten Melodie, die muss er unbedingt lernen. Die kostet 50 Rubel. Zahlt, ohne weiter darüber zu denken. Und dann nach einer Minute singen sie zusammen und dann fragt er, ja, was kostet das Pferd übrigens? Das Pferd kostet 100. Ich habe schon 50 gegeben, kriegst du noch meine Stiefel? Nein, 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 wir machen hier ernste Geschäfte, also geh weg. Moschke kehrt zurück ohne Pferd und ohne Geld. Und der Landherr, erstaunlicherweise, ist sehr böse. So böse, dass er Moschke samt Familie in den Schnee rauswirft und fügt noch ein paar Klatscher dazu. Ja, und sie wandern durch die Schneegesundheit, sie wandern durch den Schnee und die haben nichts. Und in dieser Kälte das Einzige, was sie noch warm hält, ist diese Melodie, bis sie eines Tages in eine große Stadt kommen, wo ein berühmter Rabbiner sitzt. Und der Rabbiner empfängt sie und sagt, wer seid ihr, was wollt ihr und die möchten was sagen, aber anstatt kommt diese Melodie raus. Und alle Chassidim lachen und machen sich lustig über sie. Aber der Rabbiner, der klopft auf den Tisch und sagt, seid ihr alle verrückt, habt ihr gar nichts verstanden? Diese Melodie ist die Melodie, die wir hören werden, wenn der Messias kommt. Das ist die Melodie, die Melodie, die wir hören können. Mit einem Metzger und einem Kettel. Und ein Schein von F имеer innen. und wurde auf diplomatisch auf dem Zwerg, warum er so verbreitlich war, und er was so schlecht wie ein Einzelmaß. Ich liebe ich mir. Ich liebe ich, ich liebe ich, ich liebe ich! Ich liebe ich, ich liebe ich, ich liebe ich! Musik ayer 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 Er schießt ihr, er schießt ihr. 50, schylm'si, guver eten auch 50 لا, 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 blablabla, kohan ist mir, kohan ist mir's kharahgun Tuberatet 50, kibeltet kvar et'hannigun Zehloh hollicht b'yachad, v'shiraino chinnam Pcni amoske et'srurou, v'hissternet michmishan Tien b'n duchanai haschuk, l'rega lo amad Ulaatsmo zimer ethannigun esher l'mad they're yet they're it Ahoy, hey, hey, zeh mezal! Omed lo' goi, acher, bekלל, im Sos-Tab-An-Kanal. Im Ketem al-Hemetsch, v Ketem al-Hegav. Vosera, sel-Kesem, zohret v Zanam. Vagoi, meh, 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 shiir, ak-kishivu v Shimruu, meh-nigun, shuh-hem-shik, shel-han-igun, ha-hu-hu. o-aiyoshi... ?namey, ha-life by Dr. Scel-Hor. ?ac pum, Z の-Hemetsch, Um schliar m-ceem-kishinho-t. Wenn ihr ihr schreibt, dann wieder ein bisschen mehr so zu kommen. Hey, wie soll ich das? Das ist der Sos-Han-Dar. Meheru-Ball. Schach-Guy, um Moshka. Ei, ei, ei. 50, schloss ich, und schloss ich mit dem Weg. Nein, nein, nein. Das ist der Schuss, 100,000! 50, schloss ich, auf den Nieden. Schauzer, Moshka, ohne die Sos-Habariz. Schauzer, Moshka, ohne die Sos-Habariz. Schauzer, Moshka, und schlosser. Mit dem Mottoch-Achuzer. Mit dem Mottoch und dem Mottoch-Habariz. Und nach ihnen sie verletzten ihr Kind. Und in den Weg sind ein Kepfer, ein Kepfer und ein Kepfer. Auch in den Kepfer und auch in den Kepfer haben sie nicht aufhören. Ayo, 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 Ayo! Ist es ihr alle sagte, wenn sie stabilieren. etwa einem den Gewalt gesagt werdet ihr sehen? der Garnab an schulchernow und kallow jirbim. Array elhanigunahzech hikilum mit amir, autonhashirgeseh adorhashiyach ben david. Ich bleibe in der chasidischen Atmosphäre mit einem chasidischen Lied namens Chiribim Chiribom, der nochmals, der Rabbiner hat endlich eine Frau genommen und da haben alle chasidischen gefragt, nun, was wirst du ihr geben, was sie nicht hat. Und jeden Abend hört man, wie er die Fenster zumacht und die Gardinen, die Jalousien so zuhält und die hören so durch die Tür oder durch die Wand, wie er singt, Chiribim Chiribom. Und so nach ein paar Jahren fragen die chasidischen, wann können wir endlich Lechai mit ihr trinken, also irgendwas feiern. Und er hat gesagt, wenn die Zeit kommt, aber als er einen Sohn bekommen hat, dann hat er uns eingeladen und wir alle haben fröhlich zusammengesungen Chiribim Chiribom. Lionel Chiribim Chiribom Chiribom Chiribim Chiribom Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schleume, Hamele, hoch zu sein Schulamis, wir singen ein Liebesslied und Punkt wie Schleume, Dank, Geliebte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wenn du flekiorig bist Surface eiv at f Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Eine Psalmvertonung zum Abwechsel. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann haben die Bauarbeiter sich umsonst bemüht. Wenn der Herr die Stadt nicht hütet, dann haben die Stadthüter umsonst gehütet. Denn der Hüter Israels schläft noch schlimmer nicht. Er ist ein moderner Hasidisch vertont von einem noch unter uns lebenden Mann namens Schlomo, Jüuda Rechnitz. Und ja, hören wir. Er ist ein moderner Hasidisch. 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 Wer ist ein moderner Hasidisch. Er 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 ist 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 moderner Hasidisch. Ich denke, das wird unser letztes Stück sein jetzt. Das war von Amnon Selig arrangiert, das letzte auch, und heißt Halleluja. Es gibt mehrere Halleluja, die man aus Israel kennt. Das kennt man vielleicht hier weniger. Das ist ein Halleluja eigentlich von einem Militärband von den 60ern. Damals waren die Militärbands die allerberühmtesten und die echten Popstars waren alle Soldaten aus Militärbands. Und die waren wirklich ein bisschen ihre Zeit voraus deswegen, weil sie haben so viel über Frieden gesungen, was man irgendwie nicht denkt. Und dieses Halleluja ist ein Halleluja, wenn die Zäune, die Drahtzäune für Wäsche hängen, benutzt werden, dann singen wir Halleluja. Wenn wir nach der Messe freundlich spazieren gehen können, dann singen wir Halleluja und so weiter. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Im al-gadr, kvissa, mezamer, duetim hatta il Halleluja. Az-a-chermaniom, er-ra-kinner, def-charghe-hov-jum Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Applaus 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 Wir hatten lange Zeit im Auto zum Sprechen miteinander. Unter anderem haben wir ein ganz ernstes Gespräch geführt, was wird passiert, wenn unser Programm dem Publikum gefällt. Und zu so einem unwahrscheinlichen Fall haben wir ein Stück noch rausgelassen und das könnten wir singen. Applaus Okay, das werden wir singen. Das Stück heißt Shir la Kerem, ein Lied für den Weinstock. Also es beschreibt einen Tag, wo ganz, ganz früh die Arbeiter kommen und es gibt noch Tau auf den Weintrauben und sie pflücken sie und entsaften sie und machen alles. Und am Abend ist schon der frische Wein genießbar. Wenn man mit Wunder in Israel nicht rechnet, liegt man falsch. Also, Shir la Kerem. Das Stück heißt 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 Shir la Kerem. Zjerne, der in der Bauteilung schwebt sich, und der Zicka und der Bauteilung, der in der Bauteilung, der in der Bauteilung und der Bauteilung, der in der Bauteilung schwebt sich. Er hat heute von den Faust, er wurde von der Bauteilung. ステ ls Und wenn Sie immer noch nicht genug haben, haben wir zwei CDs zum Verkauf am Tisch, am Haupteingang. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.